Was geht ab? Können wir uns da? Hier ist Bad Monster und damit herzlich willkommen zurück zu Freddy in Space 2. Ja, das letzte Mal haben wir ja Chica befreit, beziehungsweise schon wieder befreit, weil ich ja leider nicht aufgenommen hatte. Und diesmal schauen wir dazu, dass wir den nächsten Charakter befreien. Schauen wir uns an. Oh. Komm in, Faz Squad. This is Fred Barrett, Faz Command. Lol's Hacks has hijacked the Cosmic Freeway Network, preventing anyone from working in and out. He's brainwashed our Chief Weapons Officer, Bonnie, and stationed him deep in the maze of warp corridors. Okay. You must navigate these treacherous pathways, but be careful not to fall into the void of space. You must jump into the glowing nose of the warp pathways to get around. Good luck! Fred Bear out! Whoa, 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 whoa. Okay. Okay. Whoa, 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 whoa. Alles klar Wow Okay Ah, holt du den Kram Ah, mein hier Ah, okay Ich dachte, warum hat er das denn nicht angenommen Ah, ich muss dieses leuchtende Teils sprengen Hi Okay Das ist verwirrend Alles klar Mal gucken Oh, hier bin ich vom Boss Ahm Shit Okay, gehen wir rein Okay, wir rein Um Das war auch der Fall Woah Toh, toh 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 Panic läuft okay mal gucken gehen wir mal links wo kann man da an hier war eindeutig schon aber hier die mann da lang da tun wir doch mal checker es gibt es auf jeden fall hier ist das mit dem schuss dann kann man da lang gehen immer noch mal schicker da lang ah hier lang hier lang steuern keine ahnung dass wir benutzen okay da geht schon mal lang gut mal da lang gehen ok meteorologen haben wir jetzt hier ich habe ja alles schon entdeckt daher ist jetzt hier nichts neuer okay jetzt immer so wenig wie er beim boss so gut, den haben wir schon mal geschafft, jetzt haben wir hier den Schlüssel ok, gehen wir mal gucken ähm, geht da lang, dann geht das da lang ich muss irgendwie probieren, da hin zu kommen ok, gehen wir mal hier lang, fischig da lang ah, hier sind wir jetzt hier bei den jetzt treiben wir mal hier rein welche Glocke, joh, sehr gut, zweiter Bosskampf oh, hi Bonnie du, 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 du siehst ja nicht gerade aus, wenn du so, tschüss, gister, Bonnie Cheers ok wow, wow wow, wow, wow mal da lang ich muss schon mal ordentlich einsamen also das hat jetzt noch ich kann doch jetzt noch mal getroffen der jetzt mal gucken ob ich hier alles klar scheinwollig wohl follow the bunny besiegen das ist die abziehen scheiße den schafft man ja sehr gut 3.000 besser geht bei bami ist befreit er wollte schicker angezeigt wird okay probieren wir noch die von game theory zu besiegen da bin ich für mich mal schauen ob man die besiegt bekommen was mich schon hierhin stellen hoffentlich mal hoffen das film ist einfach aber da war aber was kannst du nicht aber Das ist der größte Fähler, die ich geschafft habe. Ja. Daumen drücken! Daumen drücken! Yes! 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 Sehr gut. 25.000 plus. Sehr gut. Jetzt muss ich noch die Stage am Ende schaffen. So, und der Endbetrag von diesem Level jetzt ist... 52.750. Sehr gut. Sehr gut. Puh, damit haben wir das auch geschafft. Ich hatte auch... Dorko hatte ich auch besiegt. Off camera. Ich habe gedacht, ich könnte ihn nochmal besiegen, wenn ich es dann nochmal mache. Aber leider kann man das dann machen. Man kann die Gegner nur einmal besiegen. Von daher ging das leider nicht. Und... Naja. Was sollen wir machen? Da kann man halt nichts ändern mehr. Gut. Aber ich will jetzt einfach was sagen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir auf der rechten Seite nach wie vor ein Abo dalassen. Daumen nach oben. Teils befolgt bekannten. Und als sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Watch us. Bis zum nächsten Mal.